Hallo, 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 hallo. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu diesem neuen ASMR-Video von mir. Ich hoffe, euch geht's gut. In diesem heutigen Video werde ich dich zum Einschlafen bringen. In weniger als 15 Minuten, also lehn dich zurück, setz die Kopfhörer auf und genieße. Dies ist ASMR-Video. Lasst uns anfangen, lasst uns anfangen. Als erstes habe ich für euch ein Duschgel. Müsste das sein. Ich liebe auch. Ich liebe, ich liebe, ich liebe, ich liebe diese Farbe. In echt wirkt die nochmal ganz anders wie auf der Kamera, glaube ich. Ich liebe, ich liebe, ihr habt alle Schmutz. Ich liebe, ich liebe, ihr seid nicht zu Gast. Ich liebe, ihr seid neben uns, ihr könnt ihr respecto. So, so, so. Schliße, schliße, schliße. Schliße, schliße, schliße. Schliße, schliße, schliße. so Relax. 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 so Ich habe es schon mal gemacht. Ich habe gesehen, dass du etwas negative, 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 negative Energie in dir hast. Diese werde ich dir jetzt natürlich entziehen, dass du nur noch positive Energie in dir hast und nur noch positiv denkst. Okay, schauen wir mal erst mal kurz. Ich schaue mir das Ganze mal genauer an. Okay, ich sehe etwas negative Energie, aber nicht allzu viel, deswegen können wir das gerne entziehen. Und weg damit, weg damit. Und weg damit. Und weg damit. Okay, das sieht schon mal besser aus, aber nicht alles ist weg. Ich sehe noch etwas restliche Energie. Okay, lass mich mal schauen. Lass mich schauen. Okay, hier. Was ich noch erwähnen muss, du siehst heute wieder wunderbar aus. Das sieht wieder sehr, sehr gut aus heute. Und auch sehr stylisch heute. Sehr, sehr stylisch. Weg damit. Du kannst heute stективen. Lauft. Du, du, du. Du, du. Du, du, du. Du, du du. Du, du du. 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 Du, du. 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 rauh, 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 rauh. Tickle, tickle, tickle Weg damit so Jetzt, nach dieser Entziehung von deiner negativen Energie, brauchst du natürlich auch eine Erfrischung. Ich finde, das Ganze passt auch sehr gut zum Video, weil diese Farbe so wie die andere aussieht. Wenn du das mal anschaust, jetzt nicht ungefähr gleich, aber in diesem Style, in diesem Farbton. Deswegen wollte ich unbedingt dieses Spray, sag ich mal, oder ich weiß gar nicht, was das genau ist. A protection, irgendwas. Anti-protection-Spray. Was ich nicht? Was ich nicht? Was ich? Ich finde, Sie können auch hier... Das Das ist gut. Das war's für heute. Ich habe es sehr gut gemacht. Tick, 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 tick. Das ist ein Schmuck. Das ist so schön. Okay, let's spray, let's spray Riecht ganz okay Okay Das war's jetzt hier von diesem neuen Video Ich hoffe, euch hat's gefallen Zeigt mir gerne, wenn's euch gefallen hat, einen Like Dann seh ich das Ganze und schreib mir einen Kommentar, was ihr euch als nächstes Mal wünscht Egal ob auf Deutsch oder Englisch Ich mach extrem gerne auch deutsche Videos Jetzt wünsche ich euch allen eine gute Nacht Schlaft alle schön, schlaft alle schön Und wir sehen uns Wir sehen uns Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann